Schade! Mann! Ich bin hier! Ist das hier vielleicht? Ich bin hier! Den ersten habe ich! brauche ich nur den anderen Boss der ist bestimmt auch irgendwo in der Ecke drin oder so das war's Das muss hier irgendwo sein. Hätte sogar das in großem Haus irgendwo drin ist. Keine Idee wo das sein könnte wenn ich ehrlich bin. Hey. Ich würde jetzt mal auf ihn schießen. Ich finde diesen Boss hier nicht. Nein mit Fresse. Mann der Scheiße brauche ich sowieso nicht. Oh lol. Was kann der denn noch sein? Einzige was natürlich sein kann ist dass die Anzeige falsch ist. Oder der kommt echt selten. Das ist halt kacke wenn du eine Quest hast und der kommt dann halt so arsch selten. Was steht denn da? Ja. 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 Meine Fresse, die trifft ja mich sogar. Das ist der Erwollmann nicht gewesen. Wo ist der Affe? Ist das wie so ein Keller oder so ein Scheiß? Moin Junker. Eigentlich nicht. Das kann nicht sein, Alter. Der muss eigentlich genau hier sein. Genau. Hier muss er sein. Wenn wir tausend Leute killen, das bringt mir überhaupt nichts. Ich liebe diese Animation, wie sie die Beine wegziehen. Ich liebe die Beine. 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 Die Beine. Oh Alter, der ist schon 22 Uhr. 23 Uhr. Es ist schon viel Zeit ins Land gegangen. Und ich habe gerade mega Spaß. auch wenn ich halt nur klein holz gerade das vermöbel macht das gerade trotzdem spaß ich muss halt erstmal die quest auch hier fertig machen weiß ich ob die irgendwann fertig sind aber ich glaube die sind irgendwann fertig immer gibt es in diesem gebiet glaube ich keine quest mehr hoffe ich zumindest wenn ich doch ein pech auslösen kann verkaufen kann ich verkaufen an die waffen waren ja nicht so viele waffen zerlegt ausrüsten ausrüsten dann ausrüsten die kann ich verkaufen dann ich schaffe folgende vom ort campels feine knie bekommen viele drei noch schade okay die zwei habe ich auch fertig noch das letzte die vier fern jetzt müssen wir noch ein bisschen heutzutage gehen so wieder hinten der typ vorne durch macht so viel spaß wir vergessen sicher noch was zum trinken ab hier schmeckt schon fast gar nicht mehr das ist nicht auch irgendwas Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. 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 Nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. 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 xp darauf das ist auch cool level 60, level 35 also teilweise echt schon coole sachen was man theoretisch lernen könnte hundtiefmaterie ok sternen stemmen das ist das was ich brauche aus den dings aus den dungeons hm interessant bei der suche das ist alles später so dritt ne mutant kann ich da leider noch nicht so viel machen mit aber ist gut zu wissen gut zu wissen schicksals fahr ich freue mich schon darauf wenn ich das irgendwann machen kann aber ich glaube ich muss echt altes platzgedeck ich muss glaube ich echt öfters das spiel spielen hier da ist ein wacher fehlt da halt noch ich würde gerne tatsächlich auch mal diesen dungeon feind ausprobieren ich weiß aber gar nicht wie man da reinkommt einfach mal für den ersten dungeon okay hier gibt es schon mal keine quest mehr von dem typen kann ich verkaufen kann ich vertickern kann ich vertickern kann ich alles verticken so geil weg damit roi nicht äh der hier unten ne ja aber nicht ganz so viel aber es in Ordnung aber nicht ganz so viel aber es in Ordnung gut kostet ja gar nichts so gibt ja gar nichts da mach ich nicht besonders hier bloß mit dem zwei sehr kleine dinge naja ist auch nicht so wild ähm so wie geht jetzt hier den guten Feinder gut ist das was anderes ist das was anderes ich muss einmal kurz in die Option ich muss einmal kurz hoch bin dann der neue bmw x1 kommt lebe deine träume und fühl dich frei warte nicht länger auf den einen Moment sondern genieße jeden Tag und sein hoch bin dann der neue bmw x1 kommt mit aufregendem design curved touch display einem intuitiven bedienkonzept und einem traumhaften fahrgefühl ab 1. oktober bei ihrem bmw partner das ist nicht weh wie das so umgekommen ich bin einmal ein das ist ein über das ist die 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 nachhaltig und das beste aus Das ist eurem Lebensmitglied gerade zu hoher. Kriegt man die Inscherze eigentlich weg? Es nervt eigentlich ein bisschen. Kann ich eigentlich? Wo waren diese Dungeon eigentlich? Was? Wo waren die erste große Dungeon eigentlich? Was ist hier? Ja. 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 Hey, lebt ab! Ah, guck mal, wie soll ich sogar klatschen? Ah, guck mal, wie soll ich das? Ah, guck mal, wie soll ich das? Oh, okay. Oh, okay, okay? Uh, 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 um, oh, 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 oh... Oh! Ah! Was hast du gesagt?